Ob ich hier raus war oder so Zumal, zumal mal manchen Nö, da kann man nicht Uda, Uda Ich weiß, ob ich hier reingefahren ist Wenn er hier irgendwo Alter So Ja, wir fahren wir ein bisschen ins Kopf Ähm, an alle Einheiten hier Hier bräuchte ich mal bitte Verstärkung vor dem PD Weil es sieht so aus, als wenn ich gleich hier nicht mehr sein Das sieht doch interessant 10, 6, 11 Die 150 kommt Es sieht aus, als ob sie nicht entscheiden kann, ob sie finden können Finden Die Lichter Ja, manchmal hell Ist das Achtung, alle, alle mehrere Crips befinden sich hinter die Grage mit Wacht Kein weiter langer Oh shit, oh shit Oh shit Oh mein Gott, ich bin nicht die Garten Nein, ich bin nicht die Garten Herr Kohl, da geht es nicht gut, ich bin nicht die Garten Oh nicht Mit einer Achtung Scheife Ähm, ich bin nicht die Garten mit einem Was geht hier ab? Irgendwas passiert hier Ähm, Geld war nicht mehr, ich bin ja auch nicht mehr Ja Die Lage in der Lage gerade war so Ähm, Clips stand hier, Brustvolle hier reingefahren, Clips steigen aus, Langwaffen gezogen, Teilweise Die Stolen gezogen aus Die Blauen hat man gewöhnt, was ist das Hilfe! 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 Die Gäste übergabe, komm mal! Alle dort einmal die Hände hoch, alle dort einmal die Hände hoch Die Gêtes an die Wand Ja ja, sie stehen, dann sie stehen Tun sie, sie sind doch erschossen! Nimm die Hände hoch! Warum wäre es sowas von unnötig? Nimm die Hände hoch! LENCE Hände hoch! er hat an die sich meine Kälte die Kälte der Schmerzen der Kälte von Michael Eier den Kälte der Verlangenheit die Stattungswahn Rufnana die in der in die Welt ich bin in der Infobox ein blaues auto wird verfolgt wir retten die maul pass auf der waffe also also jetzt sagst du noch mal was für die hersteller und was für ein autotyp das ist gibt hier viele blaue autos so krips und so der flüchtigen der fährt oben der fährt oben kommt um wieder raus bei der beim eingang halt bei der bank der flüchtige blaue läuft der durchkommen oder läuft der ist durch die maul gegangen durch den aufzug und es ist oben kann jemand die die kürz von der pd von der plüge ich hab glaube ich ein schuss gerade der bank raus der bank raus läuft jetzt richtung fahrschule der ist ein gelbes taxi eingestiegen das taxi hatte mitgenommen der fährt jetzt der fährt er ist weg zum mechaniker tunnel er ist weg zum mechaniker tunnel ne ist aber das hängen geblieben es brennt es braucht es braucht es braucht es wird weiter das ist ja was interessantes hier hier hilfbar mach hin ja ja so unerwartet es waren sie dann alle einheiten mit einer information wer was von mir möchte ich bin gerade personaltechnisch um um machen wir haben diejenigen die ein anliegen haben finden mich im funk kanal 740 ende der fahrer der fahrer der fahrer der fahrer der fahrer dr peter wir haben wir haben wir haben hier alle zurück wir haben was wir haben durch das ist das andere war das noch mal also jungs ja abmann abmann hat man was nicht weiß wer war es hier alles gut du warst das nicht scheiße das ist hier frei gelassen nein der steht hier drüber ähm der ist ich meine aber warum sind sie nicht mehr Polizisten weil sein M-Muskel auf dem Panikbutton hängen geblieben ok Leute wie es hier weiter geht sieht die nächste Part lasst euch mal da einen dauernden Abo und tschüss du musst dich dabei sein ne